Musik Jennifer ist in Wysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Probiant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt. Dass du die Kaiserlichen magst. Dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lasse das durchgehen, Litka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube. Dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land? Wie einst den Elfen? Raus hier! Allesamt! Wir gehen nirgendwo hin! Ihr ebenfalls nicht! Die geben nicht nach. Das sehe ich. Nicht nachlassen! Soll ich fliegen! Oh Gott, wie! Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht, Götter erbarmt euch! Verschwindet! Und kommt nie wieder! Soviel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. J-Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist. Und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich... Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich hab nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so hab ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Jennifer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysima erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser M. hier war M. Reis. Oder für die Vertrauterin die Weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kermorhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Bezimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Und bis bald. weißt du ich hab neulich von dir gefallen ein schmutziger traum richtig kenne zuerst schon aber dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tarn des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Verneinen. Verneinen. Eure Kaiserliche Majestät. Areia ebto orde. Evelien, nam ihn wadgern wawort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe! Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg her zitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Jennifer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir. Richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt hörst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Jennifer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit. Bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr... Verabscheut. ...nicht belästigen darf. Es ist nach Mittag. Beruhig dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Heerewater II. Prinz von Elanda. Ich bin Heerewater II. Prinz von Elanda. Was? Ich bin Heerewater II. Prinz von Elanda. Ich bin Heerewater II. Prinz von Elanda. Ich bin Heerewater II. Prinz von Elanda. zu holen angespitzt und stirbt ihn dann schreibe in novigrad haben nicht der stadtrat und die kaufmannsgilde das sagen sondern die kirche des ewigen feuers und die kriminelle unterwelt gerald diese tuniker du siehst einfach umwerfend aus könnte ich sie bloß ausziehen unter anderen umständen würde ich das als vorschlag werten den ich sogar wahrnehmen könnte aber wir haben was zu tun verstehst du jetzt warum ich an emyas hof bin und jetzt sitzen wir wohl im selben boot ziri ist sie wirklich wieder da oder er sich vielleicht schau so sieht sie jetzt ungefähr aus jedenfalls unseren agenten zufolge unsere kleine hexerin ist eine junge dame geworden sieh einer an sie ist erwachsen euer training in kermorhen ist jahre her es hat sich viel verändert du nicht kein bisschen ich habe deine unbeholfenen komplimente vermisst aber konzentrieren wir uns auf ziri ja gut er mir sagt die wilde jagd sei hinter ihr her bis zu den ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt wie haben sie uns aufgespürt wegen mir weißt du ich habe monate damit verbracht nach ziri zu suchen mit ortungs zaubern harus bt geoman die einfach mit allem ich wusste dass die wilde jagd es merken und mich sogar finden könnte aber ich dachte ich hätte sie getäuscht tja du hast dich wohl geirrt ich habe seit einiger zeit gespürt dass sie mir auf den fersen war wenn du und emir soldaten nicht gewesen wert hätte sie gekriegt was sie will noch so eine begegnung kann ich nicht riskieren es ist zeit die magie beiseite zu lassen und konventionelle methoden einzusetzen den besten fährten leser den ich kenne du musst sie finden gerald bevor es die wilde jagd tut die wilde jagd was kann sie von ziri wollen keine ahnung gerald ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt aber ich habe die adresse nicht ich weiß so viel wie du es muss um ihr blut gehen um ihre gabe aber was die jagd mit der gabe vor hat darüber will ich lieber nicht nachdenken wo genau wurde ziri denn gesehen an zwei orten wählen und novigrad die spur in wählen ist aussichtsreicher da solltest du zuerst hingehen fragt nach einem kaufmann namens henrik in der taverne am scheideweg er ist einer der kaiserlichen agenten und sollte sich mit dir in verbindung setzen das war's keine losungen keine geheimen begrüßungsrituale nein tut mir leid der die kindheitsfantasien über die spionage zu verderben wir haben in novigrad nur unbestätigte meldungen und gerüchte aber du hast da die hilfe unserer gemeinsamen bekannten triss merigold die hat offenbar eine gemütliche wohnung am marktplatz sie wird bestimmt entzückt sein mich zu sehen was ist mit dir was hast du vor ich segle nach skellige da hat es neulich eine magische explosion gegeben die einen halben wald zerlegt hat ich glaube dass das was mit ziri zu tun hat ich bin in kehrtreude kommt zu mir wenn du was erfahren hast noch eins bevor wir gehen warum hast du nicht versucht mich zu erreichen hast du mich nicht gebraucht wolltest du mich gar nicht sehen ich wollte nichts verderben ich hörte triss und du wären ein tolles paar ich hatte das gedächtnis verloren wirklich das ist deine ausrede lassen wir das ja es ist nicht was du denkst es hat mir gezeigt wie sehr ich dich liebe ich will sowas nicht hören nichts davon dann müssen wir uns wohl wieder trennen das gefällt mir nicht aber ich verstehe es die uhr tickt das tut sie warum teleportiere ich dich nicht nach wählen damit du sofort da bist kommt nicht in frage ich reite sobald ich mich umgezogen habe wie du willst und du siehst in schwarzem samt wirklich toll aus meinst du vielleicht kann ich mir eine rüstung damit füttern lassen viel glückchen dir auch und wenn du wissen willst was in der welt passiert ist während du und wie sie mir durch die wildnis gestreift seid rede mit botschafter war tre das ist er dort drüben gerald ich weiß dass krieg herrscht und so weiter aber bitte spiel nicht den helden ja die einfach den hinweisen nach und kommen dann zu mir gesund und munter ich werde auf dich warten ja mal dass ich keine zeit habe botschafter war tre jene ver empfahl mir dich nach dem stand der dinge zu befragen nach dem krieg und so weiter natürlich die diener des kaisers sollten keine geheimnisse voreinander haben werfen wir einen blick auf die karte wenn es recht ist wie läuft der krieg ich meine abgesehen davon dass der nilfgardische triumph unmittelbar bevorsteht ich nehme an dass dies ein privat gespräch ist ohne zeugen lassen wir also die propaganda beiseite auch die in ironie verkleidete unsere offensive lief hervorragend bis der winter kam ediron war in einem solchen durcheinander dass wir praktisch nicht auf widerstand stießen wir hatten den ponta vor dem ersten schnee erreicht es blieb nur ein geschwächtes ketwen und radowitz redanien dass die hilferufe aus dem restlichen norden ignoriert hatte wir dachten sie würden um frieden verhandeln oder sich sogar es war salen anbieten wir erwarteten siegesgewiss auf den frühling radowit sich ergeben ja eine vergebliche hoffnung gewiss radowit schickte weder gesandte noch näherte er sich unseren positionen stattdessen schleppte er sich über das verschneite kestrelgebirge und griff ketwen an seinen verbündeten der angriff überraschte die ketwener sie betrauerten noch den verlust ihres königs führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten scharmützeln die waffen nieder und schlossen sich radowit an so stand uns im frühling statt zwei schwachen gegnern ein starker gegenüber höre ich da einen anflug von bewunderung radowit ist unser feind aber ich kann nicht abstreiten dass er gerissen ist er hat uns gelingt und nicht zu knapp zurück zum krieg in diesem frühling gab es in den marschen von wählen eine gewaltige schlacht gewaltig aber nicht entscheidend beide seiten erlitten riesige verluste unvergleichliche verluste radowit zog sich über den ponta zurück er ist jetzt sicher bis die verstärkung aus dem süden eintrifft dann wird kaiser m hier war m reis ein für alle mal mit ihm aufräumen könntet ihr nicht einfach nach hause gehen das würde allen viel rennerei ersparen von ein paar leben ganz zu schweigen ich fürchte jetzt steht zu viel auf dem spiel um aufzugeben wir können nur aufs ganze gehen wie stehen die dinge in wählen schlimm wie üblich vielleicht schlimmer es war nie das land in dem milch und honig fließen jetzt fließt dort das blut die armeen sind mehrfach durchgefegt haben die felder zertrampelt die kornspeicher geplündert die dörfer niedergebrannt die bevölkerung hungert und wie läuft's mit der regierung dieses irdischen paradieses nicht gut um ehrlich zu sein unsere kräfte sind schon sehr weit verteilt und wählen besteht vor allem aus sumpfigen wäldern die schwierig zu kontrollieren sind viele patrouillen sind nicht in die lager zurückgekehrt daher haben wir die herrschaft über diese region einem gewissen nordling übergeben einem ehemaligen niederen offizier der themerischen armee namens philipp stenger besser bekannt unter seinem pseudonym blutiger baron ich rate dir meide ihn was gibt es neues aus novigrad ist die freie stadt noch frei ja obwohl jeder weiß dass das nicht so bleibt radowit ist in ochsenfurt und der kaiser hier in wies immer beide direkt vor den toren novigrads beide brauchen geld und schiffe die novigrad hat daher ist die stimmung in der stadt recht angespannt das heißt wie gehen die menschen mit angst um sie suchen beruhigung und sündenböcke die kirche des ewigen feuers weiß das genau daher verspricht sie ihrer herde das heil indem sie auf die schuldigen zeigt wer hat den krieg begonnen wer profitiert davon nun das ist offensichtlich magier elfen zwerge in einem wort samt und sonders abweichler ich war 13 jahre lang in novigrad stationiert zuerst als konsul dann als botschafter ich habe einiges gesehen grausamkeit zynismus gier aber was jetzt passiert lässt mich schaden was gibt es neues aufs gellige nichts das ist doch der stolz des kelliger alles der tradition entsprechend zu handhaben wie ihre vorväter und wie ihre vorväter streiten sie miteinander plündern überfallen gelegentlich unsere transporte es ist ermüdend aber sonst nichts skellige war immer eine fußnote der geschichte so wird es auch bleiben das klingt ja sehr zuversichtlich was wenn könig bran die jahres vereint und alle clans gegen eure flotte führt könig bran ist alt und schwach wie ich höre kann er sich kaum an die namen seiner eigenen wassalen erinnern könnte schwierig werden alle zu vereinen danke für deine hilfe nichts zu danken möge die große sonne deinen fahrt bescheinen wie kann ich dem herrn dienen gibt mir meine sachen zitrone und melken der duft hält die kleidung des herrn länger frisch tausend dank der kaiser ist nicht für seine geduld bekannt er will seine tochter zurück gesund und munter so schnell wie möglich ja er hat was in dieser richtung erwähnt ja er hat was in dieser richtung erwähnt ja ist dann 10 10 die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gerald und Jennifer waren wieder vereint und Gerald war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Gerald musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennifers. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Zuerst kamen die Armeen an die Pocken, jetzt der Hunger. Der Sensenmann muss großen Spaß haben. Du weißt, dass du hier bist? Untertitelung des ZDF, 2020